Und ich glaube, Butler wird noch näher kommen. Ein sehr unspektakuläres Rennen, aber das muss ja auch mal sein. Ist in Barcelona übrigens meistens so. Das ist so ein bisschen wie Ungarn eine Prozessionsfahrt. In etwa drei Runden kommen wir mit dem Benzindorf aus. Ja, mehr brauchen wir auch nicht. Zwei Zehntel gewonnen. Wir lassen Butler aus dem DRS-Fenster. Das ist wichtig. Das ist das, was für mich zählt. Okay, Verschleiß ist kein Problem. Ja, die Reifen sind nicht mehr die frischsten. Aber es ist auch hier nichts Dramatisches zu erwarten. Und wie gesagt, wir fahren sogar ein bisschen weg. DRS offline. Es gibt einen Fehler im Heckflügelsystem. Bleibt draußen. Wir können von hier aus an dem Problem arbeiten. Ja, ich habe eh kein DRS gerade. Übrigens auch was, was ich in Melbourne, glaube ich, hatte. Wo ich dachte, der Flügel ist kaputt. Und ich habe mir eingeredet, der Flügel sei kaputt. Und hatte deswegen ein schlechteres Fahrgefühl. Wahrscheinlich Einbildung. Das war wahrscheinlich einfach ein bisschen reif, ein bisschen runter. Ja, und eigentlich ein monotones Rennen, muss man mal sagen. Aber wie gesagt, es kann nicht immer die große Action geben. Und ich bin zufrieden, dass wir hier so halbwegs mit den Top-3-Teams mithalten können. Und Sainz hat mich jetzt dann doch ein bisschen enttäuscht. Ich hätte gedacht, dass der schneller am Butler vorbeikommt und uns dann angreift, wenn ich ehrlich bin. Oh, es wird langsam bewölkt. Hier zum fetter Regenschauer. Das wäre es noch. So, und wir gucken mal. Abstand. Zwei Sekunden. Also ganz easy. Das bringen wir nach Hause. Und da hinten ist Verstappen. Wir sehen ihn immer noch. Also das ist für mich die eigentliche Sensation. Dass wir fast aus eigener Kraft Verstappen noch geschlagen hätten. Okay, mit Fehlern wollen wir leben, aber nicht mit sowas. Das war zu viel des Guten. So, aber ich glaube, wir hatten nur zwei Rückblenden. Das ist, glaube ich, neuer Rekord. Oder hat mir drei. Nein, zwei. Ich glaube, zwei. Ja, auf solchen Rennstrecken fühle ich mich halt auch wohler. Und das eben, ja. Die eine Sache war mit Verstappen. Da entsinne ich mich. Das war das, wo wir uns berührt haben. Das war aber okay. War vermeidbar. Ich habe es mal aufkommen lassen, weil ich dachte, vielleicht können wir durchfahren. Ich hätte auch ein bisschen progressiver fahren können. Sechs Sekunden. Also ich glaube, wir holen auch Verstappen sogar auf. Theoretisch gesehen. Das wundert mich jetzt dann doch ein bisschen. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ja, mehr brauchen wir auch nicht. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 24,0 Sekunden. Also ich bin zufrieden. Und wir fahren immer noch die gleichen Zeiten. 1,23,3. Ja, so in etwa 1,23,3. Aber das ist okay. Wir fahren sehr mega konstante Zeiten. Da können wir uns nicht beklagen. Und wenn wir bedenken, dass Renault und Force India uns auf den Fersen sind, von der Entwicklungsstufe her, ist doch das ganz zufriedenstellend. Jetzt sehr konservativ auch rum. So, und der fährt jetzt durch der Leclerc. Wunderbar, wo wir hier sind. Also alles easy peasy. Der Vorsprung ist nicht so groß, wie es den Anschein hat. Und, oh, hier ein Fahrfehler. Weil ich jetzt gucken wollte, Getriebe, 80%. Ja, sehr gutes Rennen. Okay, ich sammle ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Ferrari hat das Rennen noch gedreht. Ein großartiger Sieg. Sagt mir Stefan, wie konnten Sie diesen Sieg erringen? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Ohne Frage, Lewis Hamilton. Er hat heute einige selbst für ihn, beeindruckende Kunststücke auf der Strecke vollbracht. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Und damit geht ein weiteres Formel 1 Wochenende zu Ende. Ein Lichtblick sind die Rennen, die noch vor uns liegen. Also seien Sie auch bei denen definitiv wieder mit am Start. Ja, dagegen kann man nichts sagen und wir haben nicht mal 20 Sekunden Rückstand. Und unser Teamkollege ist, wo ist der denn überhaupt? Ich weiß es nicht, die Enttäuschung. Die Enttäuschung von 16 auf 17. Da wären wir drin gewesen, George Russell ist ausgefallen, haben wir gesehen. Ja, und wir haben einen Platz verloren, natürlich durch Lewis Hamilton, ganz klar. Und ja, der hat richtig Attacke gemacht, schnellste Runde gemacht und statt 18 19 Punkte geholt. Für die schnellste Runde gab es den Extrapunkt. Ist ja seit dieser Saison so. Und ich will mal eins sagen. Verstappen oder Bottas zum Beispiel fahren 1,22,7, 1,22,6. So in etwa. Wir fahren 1,23,2 oder 1,23,3. Aber das kann man ja in etwa überall ein Zehntel draufpacken. Sagen wir mal 1,22,2 sind wir hier gefahren. Im Durchschnitt, wie gesagt, das Durchschnitt ist ein bisschen schwer immer zu sagen. Aber wir sind mal gerade sechs Zehntel pro Runde langsamer gewesen als die ganz vorne. Das ist okay. Damit können wir leben. Wir entwickeln den Wagen ja auch noch. Und ja, ich bin da mal sehr, sehr gespannt. Auch den Start werden wir uns gleich nochmal aus mehreren Perspektiven angucken. Hier erstmal die Highlights des Rennens von Spanien. Prinzipiell sind wir schlecht wie immer weggekommen. Oder naja, so halbschlecht. Und man sieht, wir sind hier schon in der Verteidigungsposition. Und Sainz verbremst sich und kracht da rein. Eigentlich hat Sainz profitiert durch seinen Verbremser. Aber gut, wir wollen da keine Beschwerde. Und Sainz hat mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Und hier kämpfen wir gegen Lewis Hamilton. Beziehungsweise das Kämpfen, wir haben ihn, nee, in der Runde noch nicht. Ah, da sind Pylone weggeflogen. Ich habe was fliegen sehen, aber ich wusste nicht was. Ja, und hier haben wir gegen Hamilton keine Chance. Wir fahren zickzack, das ist übrigens erlaubt. Jetzt nicht mehr. Boah, da ist aber schon Hamilton gut dran und fährt weg. Und da macht es auch keinen Sinn reinzuhalten. Das ist dann so ein dummer Fehler, wie ein Vettel gemacht hat bei Verstappen. Da muss man einfach akzeptieren. Man hat verloren. Und dann ist es so. Ich denke, ein blitzsauberes Rennen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr es seht. Boah, ihr schaut euch das mal an. Ja, und es war nicht unbedingt actionreich. Es war doch extrem taktisch. Und dadurch, dass wir nur einen Stop hatten, ja, wäre das Rennen länger gewesen, wären es zwei Stop-Rennen gewesen. Aber das ist schon sehr cool. Wirklich sehr, sehr cool. Also das Ergebnis meine ich jetzt. Und grafisch sieht es natürlich auch toll aus. Ja, und hier sind wir hinter Verstappen. Und hier kaschen wir uns eben nochmal zurück. Aber das ist ja nur für eine Runde, wie wir wissen. Jetzt kommen wir ran. Das war die Szene, wo wir wiederholt hatten. Ja, zeigen sie nicht. Super Highlights. Super Highlights. Aber gut, wie gesagt, das ist noch eine Entwicklung. Das wird noch verbessert werden in den nächsten Jahren. Ich bin froh, dass es das gibt. Schönes Feature dieses Spiel, dieses Spiels. Und da fahren wir durchs Ziel. Ich denke mal, da wird noch eine Verbesserung in den nächsten Jahren zu erwarten sein. Es gilt ja erstmal Erfahrungen sammeln. Ja, ich würde ganz gerne den Start mal aus der Sicht von Science sehen. Also so ein, zwei Highlights bräuchten wir. Also erstmal würde ich hier mal ganz gerne den sehen. Von, ich glaube, Paris ist es. Ja, der beschleunigt uns aus. Aber auch der Bottas ist es, glaube ich, für uns. Ja, ist ganz schlecht gestartet prinzipiell erstmal. So, und jetzt haben wir den Science. Und der ist mit Gelb gestartet. Und das, schaut mal, von wo der startet. Der ist, der ist Zehnter. Der ist als Zehnter, als Einziger mit Hart gestartet. Vom Platz 10 aus. Ah, der Hubschrauber hält an. Das wollte ich nur wissen. Hat einen Megastart im Windschatten. Von Hülkenberg-Gritiado. Ich sehe es gerade nicht. Verbremst sich jetzt. Hat sich verschalten. Und dadurch auch noch zwei, drei Plätze gewonnen. Also phänomenal. Wenn wir uns hier Science mal angucken, den Start. Das ist der Start des Tages. Wir machen hier. Und grün, da hinten der Orangen ist es. Hinten in der Rauchschwade. Ihr müsst auf den Orangen wagen achten. Da seht ihr es hinter den Gelben. Schlecht zu sehen. Die beiden Orangen sind nebeneinander. Und Science, hier fährt er dann einfach vorbei. Also sehr gutes Manöver. Sehr, sehr guter Move. Und da kann man mal nichts sagen. Jetzt würde ich noch einen einzigen Start haben wollen. Und den von Lewis Hamilton ganz gerne sehen. Und den machen wir aus der Ego. Viel zu viel durchdrehende Reifen. Viel zu schlecht. Schaut euch mal an, wie weit Science schon weg war. Hier kommt dann auch noch ein Force India durch. Und da ein komisches Verhalten haben, die Fahrzeuge. Sieht so ein bisschen kantig aus. Aber ich glaube, Hamilton hat unter dem Strich auch ein, zwei Plätze gewonnen. Und hier noch mehr, weil nämlich Nico Hülkenberg oder Ricciardo keine Chance haben gegen die Power. Und dann ist er vor. Das ist einfach so. Der Mercedes ist ein übermächtiges Auto. Und hier zu dritt nebeneinander. Aber das möchte ich noch mal sagen. Wir sind zu dritt nebeneinander. Das muss man sich mal... Das ist nicht so von ungefähr. Ich würde ganz gerne Foto-Modus. Foto. Nach oben und unten. Ich würde es gern umgekehrt haben. Oben und normal. So will ich es haben. Und guckt euch das mal an. Das ist ja hier wirklich auf letzter Rille. Wie kann ich jetzt das Bild machen? Brauche ich nicht. Ich kann ein Screenshot dann machen von der Videoaufnahme. Geht auch. Ansonsten. X. Ah, ich glaube wir haben ein Bild gemacht. Also das ist schon sehr cool hier. Kann man sich eigentlich total frei bewegen? Alter, wie cool ist das denn? Okay, also dieser Kameramodus. Aber nur für die Strecke, ne? Ne, du kommst dann leider nicht hinter. Hinter einen Zaun oder so. Dass man da so eine Zaunsicht hat. Das wäre auch noch ganz cool. Wie so ein Zuschauer oder so. Wenn wir jetzt mal gucken. Hier ungefähr sind vielleicht die Zuschauer. Ich weiß nicht, wo sind hier Zuschauer. Hier gibt es keine Zuschauer. Das sieht schon cool aus. Also das ist schon spektakulär. Sehr schön. Ich würde sagen, wir haben genügend Highlights gesehen. Wir gehen mal raus. Und ich würde sagen, wir gehen zur Rennleitung. Also heute mal ein langer Nachbericht. Muss auch mal sein. Mechanisches Versagen. Und weiter geht's. Nehmen natürlich die ganzen Punkte mit. Aber das ist auch okay, wenn man einen längeren Nachbericht hat. Letztendlich, ähm, ja, passt das schon. Denke ich. So, und wir dürften gegen Grosjean noch nicht gewonnen haben. Ein Punkt fehlt. Wie so oft fehlt genau ein Punkt. Das ist immer dasselbe. Ähm, ja, schade. Na gut, wir gucken mal, wie viele Punkte es gibt für die Forschung und Entwicklung. Wir müssen da dringend was tun. Aber auch für die Zuverlässigkeit müssen wir dringend was tun. Es ist ein bisschen ein Fluch. So, hier sind alle zufrieden. Ausgezeichnetes Ergebnis. Solche Platzierungen machen sich gut beim Verhandeln. Gern mehr davon. Sieht aus, als würde einer deiner Rivalen auch an einem historischen Event teilnehmen. Wenn du es mit ihm aufnimmst, kannst du dir vielleicht einen Namen machen. Okay, das werde ich vielleicht mal eine extra Folge machen. Vielleicht machen wir das einmal, dass das mal drin ist. Aber generell mache ich das nicht. Was hältst du hier von? Es sieht gut aus, mein Freund. Es sieht gut aus. Aber wir müssen, wir müssen leider wirklich ein bisschen ins Getriebe investieren. Es hilft nichts. Es sind 530 Punkte. Das ist so ärgerlich. Hier sind es 1200 und es wird sofort günstiger. Die Frage ist, was ist der richtige Weg? Ich weiß es nicht genau. Hier hätten wir mehr Sicherheit. Ich bin unentschlossen. Ich bin sehr unentschlossen. Aber ich glaube, wir investieren im Preis. Wir investieren im Preis. Ich glaube, das zahlt sich am meisten aus. Oder wir machen das hier. Hier könnten wir... Ne, beides kriegen wir auch nicht hin. Wir investieren im Preis. Komm her. Und das bedeutet, dass wir hier... Preis, guck mal, 461 statt 500. Ich glaube, das lohnt sich mehr. Ich weiß es auch nicht. Es ist ein bisschen risikoreich. Aber hey, wir lieben das Risiko. Und dann, ähm... Ja, würde ich sagen... War es das für diese Folge. Und wir werden dann... Oh, BrownGP. Sehr cool. Und wir werden dann halt hier eine Herausforderung mal annehmen. Ich bin noch nicht sicher. Aber ich glaube, ich würde die mal nehmen. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Wir nehmen diese Herausforderung und sehen uns dann. Bis dahin. Euer Zellron. Macht's gut. Ciao.